hallo und schönen guten morgen es steht mal wieder ein unboxing an und jeder wird die verpackung erkennen und da will ich jetzt mal rein gucken was da so drin ist das paket kommt ich werde natürlich alle relevanten seiten und kanäle unter dem video verlinken das soll nur ein unboxing werden und da haben wir schon beiden guten stücke ich halte sie nur mal kurz in die kamera damit ihr seht was euch erwartet wie kneif die klassischen verpackungen so dann wollen wir mal mit diesem hier anfangen wenn was denn auf kriegen hier oben ihr wisst ja die werden geliefert in solchen pouches wie kneif ganz anständig verarbeitete sachen und hier haben wir mal das erste ich halte jetzt nur mal kurz in die kamera ausführliche reviews werden da folgen ein augenschmaus und ein flipper der extra klasse nur noch das zweite ebenso verpackt kommt auch in dieser pouch wie man es von week knife gewohnt ist einfach tolle messer und anständig verpackt guckt euch an leute ich habe einen neuen liebling einfach toll das war mal ein kurzes unboxing der beiden wie kleines die ich dank heng reviewen darf zwei wunderschöne folder das wäre es eigentlich schon gewesen freut euch auf die reviews sind zwei ganz tolle teile und das wäre es eigentlich wohl kleine vorschau was euch erwartet ich danke euch fürs zu sehen das zuhören bis zum nächsten mal deine tschüss Tschüss.